Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Carmechanical Simulator 2018. Heute gehen wir mal auf große Einkaufstour. Gibt es einen Händler? Gibt es hier auch irgendwie so ein... Ne, Luxushändler habe ich gedacht oder sowas. Jetzt kaufen wir uns wieder das teuerste Auto. Oh, so lang, riesen, lang. Ja, langes Auto. What the fuck, man kann das echt lesen. 1,4er TFSI, Engine with Audi. Äh. Audi Zylinder? No. Oh. On-Demand-Technology. Audi, ähm. Ah, ein Sportback. Ne, die haben hier einfach irgendwas... Irgendeine Tabelle? Aus dem Internet? Vom Audi? Es gibt, glaube ich... Nein. What the fuck, es gibt hier kein Audi. Ähm. DLC. Bin ich mir gerade ganz sicher. Puh. Äh. 381. Den wird es auch größer geben. Ich möchte hier nichts unter 500, ne? 500. Oh. Okay. Ich möchte ein... ...ganz starkes Auto. Nein. Ups. Wirklich ganz stark. Der stärkste. Und ich weiß, glaube ich, auch, welches das tatsächlich ist. Oh Gott. Ups, 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 ups. Sie... Ah, verdammt. 721. 721. Es gab doch... Machen wir mal ganz leicht. K-Me-... Uh. Me-... Mechanical Simulator 2080. Auto mit... Uh. Auto mit... PS mal gucken. Den meisten PS. Komm, wir gehen mal ganz billig auf Bilder. Verdammt. Pagani. Oh, nee. Gehen wir mal hier mal. Gehen wir mal hier. Wow. Steam. Steht hier, glaube ich... Das wird hier nicht stehen. So. 721. Okay. Der hat 721. Und die Zonder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich möchte schon... Wenn dann den... Mit mehr PS haben. 800. Ja, genau. Ich war mir nicht ganz auch relativ... Nicht komplett, aber relativ sicher. Okay. Wir brauchen den Zonder... Zonder. Nicht dich. Ist schon ziemlich geil. Okay. Dodge. Oh. Dodge Viper sogar. Du hast 645. Okay. Also 800 PS scheint... Moment mal. Moment mal. Moment mal. Kann man... Kann man hier... Theoretisch... Gucken. Gucken mit... Bing PS. 250... Mit genau 200... Müsste ich da nochmal gucken. Ob es das auch gibt. 800... 707 gibt es hier auch. gucke ich mir gleich mal an. Hier. 800. Das wird der sein. Ja, genau. Von diesem Hemi. Ja, genau. Von... Oh, Moment mal. Kann man hier dann jetzt auch... ...die Namen sehen? Ja. Was ist das denn? Äh. Das geht so hier nicht. Ach doch, der genau. Ne, 800 ist tatsächlich der größte. Genau, mit genau 200... ...hab ich jetzt hier leider keinen gesehen. Kann man hier... ...SCHGF suchen? Ja. 200. Schade. Okay, mit genau 200... ...gibt es leider keinen. Ähm. Okay. Da muss ich auch nochmal gucken. Das mache ich dann offscreen. Ob es irgendwie... ...genau 200 PS gibt. Ansonsten hole ich mir einen... ...mit ein bisschen weniger. Tune ihn ein bisschen, ...so dass ich auf 200 komme. Aber so viel hat meiner... ...reel Life auch, also... ...möchte ich das auch haben. Brauche ich nicht aufmachen. 500. Bäh. Soll doch ein DLC sein. Das hier brauche ich auch nicht. Sorry, dass ich jetzt hier... ...so viel hin und her gehe. Wir haben schon ein bisschen was gelernt. Ja gut, Capri bin ich noch nie Fan von gewesen. Bernd Lee. Schau wieder auf zu... ...unforsche... Oh, verdammt. Der war gar nicht der andere. Der normale, sag ich mal. Verdammt. Boah. Ist noch einer? Was? 200... What? Der hat sich jetzt... ...at 251 PS? Okay. Da haben wir einen falschen Motor reingebaut. Der andere ist übrigens... ...rot und riesengroß. Ja gut, rot ist jetzt nicht unbedingt... ...aber der ist riesengroß. Ach ja. Ah, da ist er. Da ist er. Wow, das ist... Wow. Ich meine, ich bin kein Porsche-Fan, aber... ...und niemals rot, aber... ...wow. Aber gerade die Farbe und die Kombination und... ...der Preis. Kann ich nichts aufmachen hier. Also, ich gehe mal davon aus, der kostet... ...bestimmt 750.000. Oh, das geht sogar. Oh, das ist wirklich tatsächlich der Große. Oh. Ja. Oh Gott. Werkstatt. Oh Gott. Ich habe nur ganz gut Geld. Ja, genau. So, doch rot sogar. Äh. Der kostet gerade mal 242 ein. Naja, klar. Ich hätte mir einfach den Porsche angucken sollen, weil er interessanter aussieht. Schade. Scheiden, Ben Kleister. Und das ist aber noch der Große mit 6 Wp. Okay, egal. Wir haben zwei richtig geile Autos. Okay, das ist kein DLC. Das ist auch kein DLC. Also, ist mir das egal. Okay, dann hätte ich mir Ben den nicht kaufen sollen. Schade. Hätte ich. Hätte ich. Doch, hätte ich mir noch leisten können. Rimm. Cool. Okay. Das hätte ich gleich machen brauchen, weil... Ich kann ja so gucken. Mit, mit, mit. Da. Hä? Krass. Komm, damit gehen wir jetzt mal direkt auf die... V-Max-Strecke. Nein. Nein. Das ist kein DLC gewesen. Verdammt. Na gut. Okay. Oh. 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 Halt. Halt. Mit Schussbremsen, ne? Direkt jetzt mal auf 2%. Okay, ich mach mir mal kurz ein Foto davon. Da. Ich hab mir mal davon ein Foto gemacht. Von den Zeiten. Jeder ein Durchlauf. Ich hab ja jetzt hier keinen Mist gebaut. Oh Gott. Gehen wir mal mit dem nächsten. Ja. Oh, ärgerlich. Der Motor hat's mir angetan. Doch, das Zeichnen drauf ist, deswegen war ich mir gar nicht sicher. Oh, look, der ist deutlich langsamer. Wow. Garni war ja bei 6 Sekunden auf 200. Kommt, schafft der die 300 überhaupt? Ja, mit so viel Pärs normalerweise. Okay, der braucht deutlich werden. Komm, bitte die 300. Jetzt. Oh. Okay. Dann weiß ich nicht, die Bremse ist zu gut, oder? Also, der Pärani. 0 auf 50 in einer Sekunde. Also 1,134. Das ist sehr knapp. Von 0 auf 100 in 2,5. Das ist schon mal ein größerer Unterschied. Von 0 auf 200 in 0,6. 10. Ist immer noch sauschöre. Von 0 auf 300 in 16. Das sind 10 Sekunden. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Nichts getunt, alles original. Original. Mich nervt so, dass das jetzt kein echter war. Schade. Ich guck mal ganz kurz, was ich für den kriegen würde. 252.000 hat er ja gekostet. 50.000 weniger. Nee. Das würde sogar reichen, aber... Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt... Oh. Ganz schwierig. Oh Gott. Doch, komm, weg damit. Schade eigentlich. Gott, das ist mir richtig an. 50.000 sind jetzt einfach mal so weg. Aber komm. Ich... Ich möchte jetzt gerne den Porsche haben. Kein Porsche-Fan. Gar nicht, aber... Trotzdem. Gerade der Rote, dass er so geil los ist. Auch den ist wieder zu kommen hier. Oh. Nee. Das ist der. Das ist der. Das ist sogar wirklich der. 500. Äh, 400 was? 420. Ist auch der Fall. Der sieht scheiße aus. Also, für mich... Für mich... 6 vor 12. Porsche, DLC, Car... Car... Mechanik. Mechanik. Öh. Hier Wollen wir mal ganz kurz kicken Oh, hier gibt es ein paar mehr Komm, dann gucken wir jetzt nochmal zusammen Welcher von denen der Beste war Schade Das hier ist der Carrera GT Carrera 4S Also Der hier hat jetzt wie 612 Jetzt wäre es schön zu wissen, was der andere hatte Der vorherige, der hier mal stand Plus 612 Hab ich mir mal aufgeschrieben Ha, schön Theoretisch könnt ihr auch zum Ende spulen, weil Dann seht ihr, was ich gekauft habe Jetzt ist nur so ein ewiges hin und her Porsche, Porsche, Porsche Oh, die Hellcat SAT Hellcat, ja Genau Ja, 707 Ah, ne, ne Ein VW muss her Das wird das Titelbild Beim Fahrzeugen dann nebeneinander 612 Ich weiß es leider nicht Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr es gar keinen findet Ob das vielleicht tatsächlich der Höchste war Ich glaube der hat vorhin hatte 650 oder so 700 sogar Ich weiß es leider jetzt gerade nicht Mann Der entsteht mal der Pagani Toll, hab ich schon Ich wollte gerade sagen Entschuldige Musik, aber du hast jetzt hier deinen Auftritt heute nicht Ach doch, dann kam es kurz Klopf Ach Leute Kostet das eigentlich Geld da jetzt immer hin und her? Ne Ne Da fragt er ja eigentlich immer Da steht schon mal einer Da hinten nicht Das ist wieder so ein standard kleiner, ne 400, genau Da hinten steht noch ne Hellcat Auch 707, also auch wieder der große Motor Ach 612 war schon der Höchste Bin ich ganz Bin ich mir jetzt gerade doch irgendwie Weiß nicht Ich meine den jetzt auch mal in Rot zu finden Nein Würde ich feiern Genau den gleichen halt Ist das jetzt ein Bentley? Ne, ist auch wieder keiner Richtig, richtig krass viel PS, aber Kommt nicht voran Ah, jetzt hat er mich gestoßen Ach Leute Tolles Video hier Ach, nix Krieg ich nie wieder in Rot Ich hab meinen jetzt hier in Weinrot Vielleicht der erste sogar Weil Ah, mal Der sieht Boah Königseck Äh, AG-Reihe S Plus minus 0 Das ist Genauso geil Boah Bukaditi jetzt hier wäre auch Eigentlich gar nicht mal so verkehrt Alter Schwedisch Hier ist noch Riesenkarren drin Bäh Diese, wie heißen die? Nicht SUVs Pickup Pickup Doch, glaube ich, ne Pickup-Trucks Oder sowas Grässlich Kippen um, wenn du damit irgendein Auto Kitzelst Ein anderes aus Versehen Oder mit Absicht Je nachdem Och, Leutchen Ist das sinnvoll zu Ne, gut, ne Die möchte ich bei neu haben Aber zum Auktionshaus zu gehen Trotzdem Kriegt man ja auch eigentlich gute Autos, glaube ich Ach, schon wieder der 420er Ach, Mann Glasflasche getroffen Oh, Gott sei Dank Zaunkarte fast rausgerissen So Ach, 420 Leute Ich weiß auch schon überlegt, aber auf den Schrottplatz zu suchen danach 5 92 steht hinten Nicht, dass es wirklich ganzer 1000 kostet oder sowas Gott sei Dank kostet gar nichts 420 Dein auch nochmal 420 420 420 420 Scheiße, hätte ich nicht mal kaufen sollen Aber nicht ein Gold Das Gold geht gar nicht Das ist, nein Hässlich Obwohl ich kein Rot-Fan bin Aber trotzdem sah das ganz geil aus bei dem Boah, ich habe einen nagelneuen Schreibtisch Da ist schon Staub drauf Das ist ja lächerlich Müll ich nicht drüber reden Tschüss Alter, woher kommt der Staub jetzt schon? Ey, der Wie lange habe ich Achso, wir haben Ah, wir haben gesaugt Saugen ist der Staub auf dem Duden Leute Was lustig wäre Wenn man da Die Autoliste immer wieder aktualisieren könnte Wüsste ich aber nicht Ich glaube es auch nicht Man müsste ja mit Escape wenigsten gehen Oder halt mit Rechtsklick oder sowas Achso und das Hot Rod DLC Werde ich mir natürlich trotzdem holen Hot Rod DLC Weil Jetzt gerade ist es noch zu teuer für 4 Euro Und ich bin ja eh kein Fan davon Also von daher Geduldig Ich möchte da noch ein Ticken Ich wollte jetzt nicht, dass er wieder 2 Stunden geht Nur weil ich das Auto nicht wieder bekomme Die Musik, Alter Aber eine Serena Okay Nö, nö Ah gut, den Matthias AMG hätte ich mir mal kurz angucken können Anton, Martha, Gustav Oh, die Rede geht weiter Jetzt seht ihr aber auch mal Also sag ich gleich wieder Wenn es lädt, weiß ich ja nicht Jetzt seht ihr auch mal live Wie lange es dauert Wenn man Scheiße gebaut hat Oh, hier ist nochmal der Ey, da hatte ich richtig Glück Genau Hat ich richtig Glück Mit der Farbe auch noch Das sieht aber auch so geil aus Mit dem blauen Richtig Das ist Ey, das ist wirklich Da würde ich schon fassen Das kommt hier an Project Cars Von der Detail Detaillierung Detail Textur Was ist jetzt mies Ich suche mir die jetzt die ganze Zeit raus Und ob fährt das Scheiße Wie gesagt Ein bisschen weniger PS möchte ich ja trotzdem nochmal haben Unbedingt sogar Somit halt Am besten so um die 200 Am besten so um die 200 So, achso Ach ja Nö 420er Okay Ja Wenn ich nochmal den 612er finde Nehme ich ihn sofort Da überlege ich gar nicht mehr In Carrera GT war es glaube ich Boah Ich werde hier langsam müde mit dem hin und her Swipen Ach, da ist er, da ist er Leider in weiß Aber das ist mir jetzt gerade so was von nicht Ja 612 506 Peng Okay Ja, achso Ich kann nur trotzdem mal kurz gucken für euch Aber Okay, ich wüsste jetzt auch nicht Also das müsste schon so Das Fast das Auto sein Wäre von der PS perfekt Ich lackiere den mal ganz kurz rot Den möchte ich rot haben So Farbe wählen Äh Hä Ach krass Zäh um an sich zu ändern Ja Oh verdammt Die war gut Die hier Gleich hier so Soll schon Oh Gott Ne, mit Metallic Ganz normal Metallic Oh Matz sah ja scheiße aus Hätte ich es nicht gedacht ehrlich gesagt So Ist ja Ja, komm So Ja Geil Wir kommen jetzt hier wieder auf Stellplatz 2 Und jetzt fahren wir mal mit dir die kleine Ronde Ja doch Teststrecke Vmax Äh, mit dem DRC Wir müssen mal ganz kurz gucken Ich glaube ich habe den gerade gelöscht Das Bild Wo ist der Papierkorb Da Da haben wir das Bild noch Finde ich übegeil Ich habe das Bild schon gelöscht Und das ist der Papierkorb Mit dem neuen Handy Finde ich übegeil Huch 3, 2, 1 Alter Leute Das könnt ihr doch nicht ernst meinen Hört sich das beschissen an Wie so ein Spielzeug ohne was komplett Schrott ist Warte, die 300 schafft da trotzdem, oder? Ha Das hat mir jetzt nicht so gefallen Ist das eigentlich nicht gut, wenn man so durchdreht? Das kann doch jetzt nicht die 300 nicht schaffen Kann doch jetzt nicht sein Der setzt noch glaube ich die ganze Zeit auf Für die 300 Ha Okay, das müsst ihr jetzt wissen Ich habe es leider nicht gesehen Dann müsst ihr vielleicht ganz kurz auf Pause drücken Genau, wenn ich im Team bin 300 Noch einmal Das habe ich komplett weggemacht Also ja 0 auf 50 Könnt ihr zurückspulen 0 auf 50 1 1 3 4 0 auf 100 2 5 0 2 200 0 2 5 5 Ja Und 300 war 16 So Perfekt Ihr beide kommt jetzt in die Ins Parkhaus Genug gespielt Ich möchte hier mal ganz kurz was gucken Das hier seht ihr in der nächsten Folge Da fahre ich einfach mal ein bisschen rum Schön bei GTA San Andreas Das ist die erste Karte Mit dieser Kai Danach nochmal mit der anderen wahrscheinlich Das seht ihr in der nächsten Folge Ich möchte euch ja jetzt hier nicht alles spoilern Vielen Dank für's Zuschauen Aber die mich gibt da noch um Schreibt den Kommentar Ob ich euch das Video gefallen hat Tschüss heures üss iau ö E a ifen hus hey asse ist